So, wir räumen hier gleich schon mal ein bisschen blöd. Wie hat Tina so eine Palette hingestellt? Ich räume hier schon mal die Ecke frei, weil der Lieferservice hier gerade die Palette hingestellt hat. Gib mir mal bitte das Messer. Ich hab kein anderes mit. So, wir haben hier was tolles bekommen. Mal gucken was drin ist. Das muss doch mal wieder schärfen hier. So, voll ins Kabel. Ach, ein Kabel ist das. Ah, ja, herzlich willkommen bei der Baugruf, heute. Spezial, alles immer Spezial bei uns. Ja, wofür brauchten wir das jetzt? Das war ein Kabel für die Solar. Ist auch immer noch. Also, pass auf. Wir sind hier heute in der Solar-Playlist. Herzlich willkommen. Also, geht folgendes. Wechselrichter-Batterie. Steht immer noch auf Palette wie letztes Mal. Hat sich nichts geändert. Aber ich hab hier die Ecke so ein bisschen... Oah. Scheiße. Die Ecke hier frei gemacht. Weil da ist ja unser Leerrohr. Wir haben ja damals das 5x16. Aber das ist falsch. Wir brauchen nur 5x10. Also legen wir jetzt ein neues. Nein. Die Sache ist die. Unsere Solaranlage. Wechselrichter. 12 kW. Von Dewey. Von Dewey. Sagen einige. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Wenn du China quatsch. Also von Dewey. Hat einen Eingang. Wo er auch einspeisen kann. Er hat aber auch einen zusätzlichen zweiten Ausgang. Wo du deine Geräte dranhängen kannst. Die du im Falle eines Stromausfalls. Dann weiterhin per Wechselrichter betreiben kannst. Der kann dann sein eigenes Netz aufbauen. Bedeutet aber du brauchst zwei Kabel. Fail. Haben wir natürlich nur eins gelegt. Kein riesen Fail. Nur ein Teil Fail. Weil wir ja unser Leerrohr haben. Worin dann das Kabel. Das ist jetzt die Frage. Das ist ein 110er Rohr. Und da soll jetzt eine Mantelleitung durch. 5 x 10. Es biegt sich ja nicht so leicht. Gar nicht leicht. Ich weiß auch gar nicht was das hier alles ist. Na doch. So bist du schon mal geworden. So gut. Ja. Muss man das ja hier auch mal. Oder? Zack. Muss man. Voll ins Kabel. Ich glaube wir müssen den einfach hier so auf der Auffahrt ausrollen. Und dann ziehen und reinstecken. Wie siehst du es? Alles andere macht ja wenig Sinn. Muss ich sagen. Persönlich gesehen. Wir könnten jetzt. Ich hatte nur gedacht. Muss man den vielleicht aufgerollt lassen. Um den dann. Wenn wir nicht weiterkommen. Die Rolle zu drehen. Damit sich das Rohr da drin dreht. Um die Lage zu verändern. Das ist ja eine blöde Idee. Das gibt es doch nicht. Also ich wollte den jetzt abrollen. Einfach. Findest du das blöd? So. Die Baugels sind sehr ordentlicher Leute. Die backen erstmal den Müll weiter. Jetzt hüppelt sich hier was auf. Ist mir aber auch egal. Hallo Papa. So. Ich habe aus Spaß zu diesem Fuzzi gesagt. Der das geliefert hat. Ich habe aus Spaß gesagt. Ja das ist für unser E-Auto hier. Für das? Ja. Zum Kranken. So. Was filmst du das denn jetzt hier? Ich tue das nur in den Müll schmeißen. Ja. Ich dachte du sagst da was Gutes dazu. Was soll ich denn da sagen? Müll ist Müll. Hast du hier Proteinshake geholt? Oder was ist das denn? Nee. Fischfutter ne? Mit meiner Ahnung. Achso. Schaut euch mal meinen Koi-Kanal an. Wie kommt man da denn hin? Karls Koi-Kanal. Der ist cool. Da könnt ihr auch Kois kaufen. Du bist echt ein Mager. Ja. Über 8 jetzt bitte. 50 Kilo soll das wiegen. Ja. Leckerlich. Ach du Scheiße. Das rippelt ab. Oh nein. Das geht ja gut. Das müssen wir doch machen. Da ist das so, dass man das so machen muss. Nein. Oh nee. Hast du nicht so ein Abrollding, so ein Ständer? Ja. Ja. Komm. Das machen wir jetzt alles andere. Das müssen wir aber ein bisschen räumen. Zwei Stunden später. Ja. Jetzt haben wir mal unser Haspel ausgeholt. Jetzt will ich mal gucken. Aha. Ist natürlich eigentlich für Fußbodenheizung gewesen. Ja. Eigentlich soll man diese Kabel ja auch nicht als Fußbodenheizung legen. Guck mal hier. Diese kleinen Pimmel. Gehen in die Masse. Ja. Aber das scheint ja auch damit zu gehen. Das ist ja gut. Ja. Das muss jetzt quasi hier ins Loch rein. Man muss ja jetzt nicht gezielt die Pimmel abnübeln, ne? Doch, die sind dafür. Nein. Weißt du, wenn ich dann meinen Fußboden im nächsten Zimmer machen will, ist das Ding dann wieder Schrott. So. Halt. Ist schon recht labberig, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Du wolltest doch was ranbinden. Mal gucken. Das hängt schon beim ersten. Ja, na klar hängt das. Wir müssen hier mal das irgendwie so machen, dass man das leicht... Das ist gar nicht so schlecht abgeschnitten, ne? Ne, man könnte es aber so ein bisschen so... Weißt du, dass hier nicht so eine Kante ist, ein bisschen so schneiden. Letztes Mal beim schwarzen Handwerk hier so ein Draht drum und dann mit Klebeband drum und so, ne? Das machen wir jetzt auch. Ja. Müssen wir nur ein Draht durchkriegen erstmal. Fail. Den, den wir gestern verbraucht haben. Fail. Ne, ich glaube wir machen ein Seil. Das ist zu kurz. Schade. Das kannst du völlig... Das wäre von der Festigkeit aber nicht grundverkehrt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Naja, also da wollen wir es dann nachher hier durchführen. Wir wollen jetzt aber vorher da, damit man ziehen und drücken gleichzeitig kann, durch das Leerrohr ein Draht ziehen. Ne. Und ein Band. Ja. Ein dünnes Band haben wir ja schon. Jetzt ist die Frage, nimmt man ein dickeres oder... Ja, was für eins nimmt man denn überhaupt? Wir haben natürlich ein Tau, ja. Das gelbe. Was haben wir denn noch? Ja. Das könnten wir mit durchziehen. Das gelbe Tau. Aber Christus hier drum gebunden. Ja, vielleicht ist das sogar gut, weil der dicke Knoten dann das Kabel von der Kante, wo die scharfen Widerhaken sind, abhält. So ist es. So hatte ich es mir gedacht. So ein Quatsch. Ne, aber ja, irgendwie... Ich glaube, dass die Mauerschnur einfach zu zart beseitet ist. Ja, also die Leitung geht ja hier lang. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wie wir es hier aufgenommen haben, schaut es euch gerne nochmal an und dann da hinten in den Keller. Ja, da war dieser blauen Blut. Gut, wir suchen jetzt mal das Material zusammen. Ich merke mich dann gleich nochmal. Wahrscheinlich schicken wir das Kabel so gleich zurück. Das funktioniert ja alles hin und vorne nicht. Das kannst du nicht zurück. So, ich habe jetzt hier mit der Forke abgerollt. Jetzt machen wir hier den Knoten ab. Jetzt nämlich, also wir haben abgerollt, was weiß ich, 20 Meter. Jetzt binden wir das dann an der Stelle die Doppel. Dann haben wir nämlich gleich zwei, die mit durchgezogen werden. Und dann können wir an einem das Kabel versuchen durchzuziehen. Wenn das zu dünn ist und reißt, haben wir das andere. Dann müssen wir uns noch ein dickeres. Wir haben jetzt kein anderes Band. Jetzt habe ich hier wieder die Scheiße. Stell dich doch am besten so hin, dass ich gar nichts sehe. Das Kabel festgemacht, damit es nicht rausrutschen kann. Das war ja wirklich eine ganz tolle Idee. Das ist nur eine Empfehlung von unserer Seite auch an euch. Wenn ihr zu Hause... Was ihr selber macht, das müsst ihr auch selbst verantworten. Das ist mit den Nerven völlig am Ende. Man merkt es selbst. Das braucht man auch nicht noch sagen. Kein Zweck hier. Wenn ich hier schon die Forke liegen sehe und so, das wird heute ein schwarzer Tag. Ein reibend schwarzer Tag für die Baugröße. Ich brauche auch einen Aufstand. So, jetzt habe ich es gleich hier. Sag doch so etwas nicht. Ich freue mich doch, dass wir überhaupt das Kabel gekriegt haben. Ich mache jetzt einfach hier so einen Knoten. Ach, so ein Drillings. Dann wird das ja wohl gehen. Dann schneiden wir das da hinten ab. So, da kannst du ja mal ziehen, wa? Okay. Hier ist schon ein Keller. Ich versuche das hier sauber und ordentlich durchzustehen. Hallo, hier spricht Gideon. Kannst du mich hören? Bitte. Was soll ich denn machen? Ja, am Pippel ziehen. Zettel ziehen. Okay. So, ich ziehe jetzt hier am... Er sagt jetzt noch was. Ich kann es jetzt leider nicht mehr hören. Ja, manchmal hängt er so ein bisschen. Aber ich konnte jetzt durch gezieltes hin und her nügeln. Ich konnte es nicht. Was? Was soll ich denn noch alles machen? Er hängt irgendwo. So. Wahrscheinlich stand er jetzt wieder drauf. Wir machen das jetzt hier so, dass wir hier das Band drum machen. Und jetzt mache ich da Vario. Da muss natürlich ein bisschen mehr. Kostet ja nur einen Euro der Meter. Ja. Das muss ja wirklich sehr gut kleben. Ich habe auch schon überlegt, das irgendwie anders zu machen. Aber das ist, glaube ich, die beste. Geschwungen und Fell gemacht. So, jetzt kleben wir quasi unser Zugband mehrere Male an dem Kabel fest. So, jetzt sieht das so aus. Und jetzt können wir es mal testen. Ja, guck mal, jetzt macht man hier diesen Prängel, den man jetzt schön eingepackt hat. Dann muss man, soll man ja immer. Okay. Dann ins Loch rein. Ja, okay. Dann nachdrückt. Und dann muss man warten und dann, ja. Hat man den Salat. Okay. Hat man die Scheiße an den Hacken. Okay. Nee, wir gehen jetzt erst Kaffee trinken. Dann machen wir gleich weiter. Bis gleich bei dem Bauch raus. Kurze Werbeunterbrechung. Gideon ist natürlich jetzt unten. So, Gideon, dann wollen wir mal loslegen, wa? Ja. Ich mache jetzt das Ende da rein. Soll ich dich vorsichtig ziehen? Ja. Kannst du? Okay, ich glaube wir sind schon bei der ersten Biegung gewesen, oder? Okay, dann kann ich jetzt weiter schieben. Ich muss das echt doll reinschieben, aber irgendwie geht das. Kannst du ziehen? Zieh mal doller. Das geht echt jetzt ganz schwer zu schieben. Jetzt gehen wir mal zu Gideon und gucken mal, wie es da läuft. Der muss da ja doll ziehen an diesem dünnen Band. Ich hoffe, der hat da Handschuhe. Wenn das jetzt zu dünn ist, dann ist das natürlich kacke. Gideon, mach mal eben auf. Du ziehst ja gar nicht. Ich zieh wie ein Wildschwein. Ja, ne? Einfach nur ziehen geht es glaube ich nicht. Aber du siehst ja, was hier liegt. Ja, okay. Das liegt hier ja schon. Ja, okay. Das ist ja schon ein paar einige Meter. Aber wenn du jetzt hier ziehst, dann dehnt der sich. Ach, der dehnt sich so blöd. Scheiße. Aber es passiert nicht weiter was. Man zerreißt dann ab. Habe ich ein bisschen Sorge, oder? Entweder er reißt durch oder er reißt beim links ab. Aber wir können mal tauschen. Soll ich mal ein bisschen stochern? Ja, das ist echt schwierig. Ich habe da schon so eine Technik. Kann ich noch mal gucken, wie das ist? Ja, du musst Handschuhe anhaben. Kannst du mal mit der Hand so weit rein, ob du bis zur Biegung kommst? Das kann man da irgendwie besser... Nein. Nein. Gut, dann schiebe ich jetzt nochmal und gucken, ob wir noch ein bisschen weiter kommen. Geht du weiter? Ja, es ging jetzt gerade ein bisschen weiter. Ist was gekommen? Ich hoffe mal die Lampen, ob ich schon was sehe. Ja, sehen kann ich noch nichts. Hallo. Hallo. Ja, so. So kommt er. So geht's. Gabi. Ja, super, hat geklappt. Ja, dann ist doch gut. Dann können wir das ja jetzt abschneiden da. Er muss aber hier gleich mal hinter. Ja. Da, hier hinter. Warte, 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 warte. Bevor wir hier alles vertütern, zwei Meter jetzt dran lassen und dann abschneiden. Schneiden wir hier ab. Aber jetzt haben wir zwei drin. So, top. Einmal zum Notfallband. Ja, abschneiden wir hier ab. Ja. Das hat ja echt gehalten, ne? Ja, vielleicht hätte ich mich auch voll reinlegen müssen. Ich wusste jetzt nicht, wie der ich ziehen soll. Ja, gut. Jetzt haben wir das ja so gemacht, oder? Ja, das haben wir das ja so gemacht, oder? Ja. Dann können wir es hier reinmachen. Und dann können wir es da reinmachen. Ja. Mal müsstest du es jetzt da über die Wasserleitung. Ja, hier, ne? Und dann gerade da durch. Das ist Mantelleitung. So. So. Und dann gehe ich bei und ziehe mir das hier durch. Will ich filmen, oder will ich die Assisten? Und dann sehen wir das hier. Mal schauen, ob das hier geht. Ich schreibe das mal aus. Kannst du mir halt gerade durchschieben. Ach so, die kann man ja auch ausmachen, ne? Das ist egal. Aber anders lang. Ziehe ich mal so. Die liegt durch. Gerade durch. Dann kannst du gleich am besten ins Nachbarzimmer gehen und den Rest da annähen. Das ist ja nicht die Dämmung da. Ja, da kommt doch noch so hin. Dann schiebe ich dir das da hin. Guck mal, wie ich da ran komme. Nichts. So. Hier oben haben wir ihn jetzt an der Wand lang gelegt. Und dann da in der Wand zum Stromkasten. Das hat ganz okay geklappt. Das war jetzt nichts Besonderes. Wir konnten ihn dann einfach durchziehen. So. Und hier seht ihr, unser dickes Kabel liegt jetzt hier. Ist von den Leitungen gar nicht zu unterscheiden. Hier von den Heizleitungen. Gideon fixiert das jetzt. Wir haben das mit Steinen einmal so in die Ecke gelegt. Natürlich mit unserem Allerweltschaum. Richtig schön zwischen da. Bis nach unten hin. Und hier auch, Mann. Dazwischen alles voll machen. Ja, top. Da auch noch. Und so viel wie geht. Ja, das ist super. Dann sind die auch da sozusagen fixiert. Das ist immer eine schöne Sache. Ja. Funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Kann man ruhig so machen. Machen die Elektriker heute auch mit ihren Dosen da. Werden auch alle geschoren mittlerweile. Hat doch keiner mehr Bock da irgendwas. Weißt du? Ja, das ist Spezialschaum. Vorjahrzeuge. Ja, da glaubst du auch noch gerade so. Hier haben wir ja auch ordentlich gestückelt. Okay. Ne, das ist gut. Hier ist ja wegen der Leitung. Das habt ihr ihr letztes Mal gesehen. Wir haben hier schön die Fläche schon mal, doppelte Höhe schon mal hochgelegt. Und hier fehlen jetzt noch welche auf den Leitungen. Das machen wir zum Schluss noch einmal. Wenn wir die gelegt haben. In der Ecke müssen wir das Stück vor ein bisschen ausschneiden. Macht aber nichts. Das ist also aus dem Keller hier dann lang. Ja. Hier in die Wand. Ja. In der Wand hoch. Da. Nicht raus aus der Wand. Sondern einfach nur rüber. In der Wand weiter. Genau. Das wollte ich auch nochmal zeigen. Das ist eigentlich dann eine schöne Sache. Und hier ja. Das kennt ihr ja. Diesen Flur kennt ihr ja nur. Der ist ja im Internet bekannt. Hier haben wir es dann. Und da ist es jetzt beim Schaltschrank. Das da ist das Schwarze, was in die Garage geht. Und das Graue ist dann das, was aus der Garage kommt. Womit man dann sozusagen seinen Notstrom von der Batterie und von den Solarzellen dann versorgen kann. Toll. Ist jetzt eine extra Zusatzarbeit. Aber wenn man hier diese Möglichkeit hat. Weil durch den Flur wollten wir jetzt nicht gehen. Das wäre jetzt viel zu viel Gestämmerei gewesen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit hier im Zimmer das noch mit rein zu legen. Und dann durch die Wand. Problemlos. Sowieso alles noch offen gewesen. Deswegen haben wir es mitgemacht. Sonst hätte man noch sagen können. Ja gut. Muss nicht sein. Das ist wichtig. Dass ein guter Handwerker den Schaum immer parat hat. Ja top. Ja gut. Das ist gekonnt. Gekonnt, geschäumt. Schön. Das ist schön in der Ecke drin. Super. Besser geht es noch nicht. Da soll jetzt noch ein LAN-Kabel dazu oder zwei. Und dann kann die Fläche zugeklebt werden. Das machen wir morgen. Die restlichen Blatten. Genau. Die reichen nicht ganz. Wir haben noch welche da. Und dann kommt ja hier schon die Folie für die Fußbodenheizungsrohre. Genau. Und die Fußbodenheizungsrohre. Vier Stück müssen da auch noch mit durch. Und dann können wir das Loch zu machen. Also da muss noch so eine kleine Öffnung bleiben. Dass wir mit den Leitungen in den Keller kommen. Besser geht es nicht. So. Das war jetzt das Video mit dem Kabel. Vielleicht machen wir gleich noch das LAN-Kabel dazu. Das ist dann noch bei dem Video mit bei. Kann aber auch sein, dass das dann in der nächsten... ...vorsichtig. Dass das in der nächsten Folge kommt. Das kann auch sein, ne? Wie jemand? Kann auch sein, ja. Ganz schön warm hier drin, ne? Ja. Viel zu warm. Dies mit dem Dämmen. Das lass mal lieber in Zukunft. Dämmen lohnt sich nicht. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Bitte. Haltet euch dran. Button ist freigegeben. Das ist im Übrigen kostenlos. Neuerdings haben wir auch die Glocke freigegeben. Böhm hat keine Glocke freigegeben. Ingegelt. Das ist in der nächsten Mal. Dann landiere mit der Glocke. Da braucht es die Glocke freigegeben. Da braucht es die Glocke. Da geht es dir, Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.